auch der ganze misst noch mal von vorne machen ja 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 es bleibt einem aber auch nicht erspart mal ganz ehrlich was ist da will ich finden das brauche ich so Das war's. Wo bleibt der Köter? Warte mal auf, der blöden Hund. Ah, ich habe doch, mein Gott, nochmal, ich schieße doch die ganze Zeit, wenn man drückt, aber wechselt der Automat, das ist doch so doof, wir hätten ja schon lange mit der Knarre abballern können, das wollen wir nachladen. Oh, scheiße, haben wir da so fetten Riesenwälder, was machen wir denn gleich? Machen wir den Dreck, da können wir gleich in Ruhe abluten hier. Oh, ich habe Flug auf. Dann nehmen wir wenigstens mit. Ach, warte mal hier, ja geil, das machen wir, wir können doch hier reingehen, oh. Was ist los? Bäh. Oh, scheiße, ich habe jetzt gerade echt mega gesaugt, Alter, oh. 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 Den haben wir von hier hinten, ey. Oh. Okay. einige generation später wurden die maschinensoldaten zu perfekten kriegsmaschinen ihr hochwerten hoch hoch entwickelten körper sind mit einer glänzenden titan stahl legierung umhüllt und unüblicherweise mit ausgestatteten super leser ja genau und ich bin der kaiser von china und macht die mit meinen mit ihren eigenen waffen trotzdem fertig das machen wir ja das machen wir da gehen wir jetzt an was soll ich da noch verdienen machen der ist fertig aber da find ich ja wenn die peck was auch ich mit mini peck 100 100 egal im raum wir brauchen scheiße egal aber gut unterwegs so wir zwei und ich und wir beiden zusammen ja das war super das war ja ja hier ist zugang gewährt flip 2 ok alles klar so jetzt hier die treffe rauf nun auch wieder so geiles poster haupt hauptstadtmädels mit spezialtruppe truppen bis dass der tod und scheidet messer hätte ich so jetzt nicht gesehen so ein pin up girl oder was wie sich das jetzt schimpft nicht okay ja guck mal einer sind wir hier oben okay jetzt also wenn auch von ihr umschießen können wie verwinkelt hat die alles so ist so zack wir haben eine lüftungsschacht rein ganz immer sagen wo jetzt lang soll also nach draußen wir müssen jetzt über betätigen alles klar kommissar wo ist denn hier was zum betätigen die musik gefällt mir gar nicht klickt die hinterhalt oder so wissen wir jetzt alles was in den kisten drin ist aber ich glaube nicht dass wir das jetzt brauchen hier wächst das neues der zug bewegt sich nicht der zugcomputergleis wechseln der händel steht der schalter für die schienen in der falschen stellung es gibt einen kontrollraum in der nähe von dort aus kannst du ihn umlegen der voll der voll die wir gerade ein bisschen wie er die stricken ist es strange wo ist denn hier ne das ist dafür unsere laser kanone genau äh ja da können wir jetzt leider nichts mit machen äh hauptsteuerdings ich hatte es aber ganz schnell aus den socken da ne äh äh ja äh wo die frage da gehe ich jetzt mal hier rein da ist ja nix wie war vorhin gewesen hier ist auch nix ach geh da rein mensch auch nix ja ja äh ja 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 ne ist klar muss doch irgendwie sein hauptsteuerdings zahlen das ist äh ein wenig merkwürdig das ganze jetzt gerade wo soll ich das jetzt finden ich gehe dann nochmal hier oben hin nämlich nochmal hier um das ist ja da von so tesla funken klingt wie neues radio werden sie mondsoldat mondsoldat ein je ok sieht aus wie ein starschipflug was was haben wir hier bitte abschnitt 31 beachten aha also auch heutzutage wird ein gesagt dass irgendwas schweres aus der hockos hochzunehmen anstatt so sonst geht sie mich in den rücken ja da ist ja zu kann man nicht ach ne das ist ja ach so das ist ja zum stabladen ach hier oben mensch ich lauf dran vorbei ich vogel eh munition das ist gut naja ja ja oh scheiß man so n scheiß äh du lauch alter du lauch dich kriege ich dich hole ich mir eh dir brenn ich was auf dem pelz so ach das war draußen da kommt da hier nicht rein alles klar ich brauche rüstung ich hatte unten im keller genau da war noch was kann ich nicht ach du heilige scheiße jetzt wollen sie es aber wissen hier die strecksäcke hier ähh bekier mama ahhh oooh 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 oi 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 hier drin sind wir scheiße ich gehe lieber nach oben aber klar wir gehen wir rechnen müssen hallo pfiffi auch kacke man wo lauch ja keine granate mehr waren ja doch mal auf damit und da und die dort reingekommen ok aber auch ist der lademodus also von dieser von dem steuerpult oben kommen lad mal hin